Du studierst Germanistik in Göttingen und fragst dich, wie du die Fachliteratur finden kannst, die in deinen Lehrveranstaltungen empfohlen wird? Dann bist du hier richtig. In diesem Video erklären wir von der Mittelalter Germanistik dir, wie Literatursuche in Göttingen funktioniert. In allen Veranstaltungen an der Universität verweisen die Lehrenden auf Fachliteratur, die grundlegend für ihre Ausführungen ist. Es gehört ja zur wissenschaftlichen Praxis offen zu legen, womit gearbeitet wurde. Aber die Literaturhinweise auf den Veranstaltungsplänen und in den Präsentationsfolien sind aus vielen Gründen sehr hilfreich. Zum Beispiel dann, wenn du etwas nachlesen möchtest, was dich besonders interessiert hat. Schauen wir uns ein Beispiel aus der germanistischen Mediewistik an. In den Einführungsveranstaltungen wird das Buch Ältere deutsche Literatur von Gerd Hübner empfohlen. Natürlich könntest du dir diese Einführung einfach kaufen. Aber weil es auf Dauer viel zu teuer wäre, alle empfohlenen Bücher selbst zu besorgen, muss eine andere Lösung her. Bestimmt bist du auf dem Göttinger Campus schon oft an der niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek vorbeigelaufen. Wir nennen sie alle eigentlich nur SUB. Sie ist die erste Anlaufstelle für deine Suche nach dem Buch von Gerd Hübner. Aber keine Sorge, du musst nicht planlos in die Bibliothek gehen. Stattdessen kannst du einfach online ihren Katalog durchsuchen. Im GUK, dem Göttinger Universitätskatalog, findest du nämlich alle Bücher, die sich in den Bibliotheken der Universität befinden. Bibliotheken? Ja, tatsächlich gibt es in Göttingen nicht nur die große SUB, sondern viele weitere Bibliotheken. Die sind überall auf dem Campus und sogar in der ganzen Stadt verteilt. Und das ist wichtig zu wissen. Denn sobald du Gerd Hübner, ältere deutsche Literatur, in die Suchmaske des GUK eingegeben hast, zeigt dir der Katalog gleich zwei Standorte an. Einmal die SUB und einmal die Bibliothek des Seminars für deutsche Philologie im Käthe Hamburger Weg 3. Im Gegensatz zur SUB ist die Seminarbibliothek der Germanistik eine Fachbereichsbibliothek. Einige Fächer an der Uni Göttingen haben nämlich ihre eigenen Bibliotheken. Das bedeutet, dass die wichtigen Bücher, Zeitschriften und Nachschlagewerke des Faches genau in den Räumlichkeiten untergebracht sind, in denen WissenschaftlerInnen eben zu diesem Fach forschen. Eine Fachbereichsbibliothek ist also für diejenigen, die in diesem Bereich arbeiten, ein absoluter Luxus. Aber sie ist auch für Studierende besonders wichtig, weil es damit eine zentrale Anlaufstelle gibt, an der alle wichtigen Materialien für dein Studienfach versammelt sind. Jetzt weißt du schon einmal, dass du die Einführung von Hübner definitiv nicht kaufen musst. Schließlich ist sie in Göttingen ja sogar an zwei Standorten verfügbar. Wie du das gesuchte Buch in der Seminarbibliothek findest, zeigen wir dir im nächsten Video.